Seid gegrüßt, Insider! Wir befinden uns im Jahre 2022 irgendwo im PlayStation Store. Mit unserem schwarz-weißen Raumschiff der PlayStation-Föderation haben wir bis hier schon die ein oder andere preisgünstige Entdeckung gemacht. Die heutigen Koordinaten, der Planet der Rabatte. Dabei soll es sich um eine große Sale-Aktion handeln. Na, das sollten wir dann vielleicht mal unter die Lupe nehmen. Also, Phaser auf Kreditkarte gestellt und runtergebeamt. Hm, aufregende und vielseitige Flora und Fauna hier unten auf jeden Fall. Ob uns hier wohl alles wohlgesonnen ist? Na, vermutlich nicht. Aber no risk no fun. Ja, altes Star Trek-Motto und so, ne? Die erste zu untersuchende Spezies stammt aus der Souls-Familie. Sogar mehr als das. Weithin gilt sie als erstes Exemplar ihrer Art. Und Demon's Souls ist uns natürlich alles andere als wohlgesonnen. Das dürfte eigentlich jedem bekannt sein. Na, ihr kennt das. Ständig stirbt man, obwohl man stundenlang über den Boden gerollt ist. Ewig lernt man die Bewegungsmuster irgendwelcher Viecher auswendig, als wäre man in einem Tanzkurs, nur um am Ende trotzdem immer wieder abgestochen und verdroschen zu werden. Das ist einfach schrecklich. Normalerweise würde man sich natürlich denken, ach ja, also ein bisschen BDSM ist ja völlig okay, sofern es in beiderseitigem Einverständnis von stacken geht und auf einer gewissen Ebene privat bleibt, ne? Aber das ist bei Demon's Souls halt nicht der Fall. Da erzählt einem wirklich alles und jeder, wie geil das doch alles ist. Manchmal wirken die Fans der From-Software-Spiele irgendwie wie dieser eine Typ damals in der Schule, der freiwillig Faust von Goethe gelesen hat und einen deshalb jede große Pause damit voll gelabert hat. Aber was haben Goethe und Demon's Souls dann letztendlich doch gemeinsam? Richtig, beide haben sehr wichtige Beiträge für die Entwicklung eines zu ihrer Zeit sehr wichtigen Mediums geleistet. Das waren eben bei dem einen nur die Leiden des jungen Wärters und beim anderen eben die Leiden des, naja, nicht mehr ganz so jungen Inside-Playstation-Redakteurs. Und das Beste daran ist, für Demon's Souls gab es ja sogar ein PS5-exklusives und wirklich überaus gelungenes Remake. Und wir raten euch wirklich, quält euch durch diese tristen Welten und stellt euch den komplexen Ungetüm. Es lohnt sich einfach. Und ja, ich bin halt einer dieser From-Software-Fans. Na und? Es ist halt einfach so, wenn man einmal diese Leiden überwunden hat und zum ersten Mal nicht nach tausend Versuchen stirbt, dann ist dieses Erfolgserlebnis wirklich nur durch wenig zu ersetzen. So, das nächste Artefakt auf unserer Reise scheint zumindest optisch auch ein Klassiker zu sein. Cuphead und der DLC The Delicious Last Course sehen ein haargenau so aus, als wären sie 1930 in New York City oder so entstanden. Und ganz ehrlich, rein optisch ist das schon phänomenal, oder? Für die unter euch, die aber auch an inneren Werten interessiert sind, unter der Oberfläche verbirgt sich tatsächlich ein sehr cooles und oldschooliges Run-and-Gun-Game. Mit dem namensgebenden Tassenkopf hüpft und ballert ihr euch also durch die verschiedenen Level. In den einen bekommt ihr es mit unzähligen Gegnern zu tun und in den anderen müsst ihr einfach ein bisschen plattformen. Die Highlights sind dabei aber vor allem ganz klar die Boss-Files. Wir haben selten so kreative Endgegner erleben können. Also das gilt erstmal schon für das Setting und die Figuren, aber auch was die verschiedenen Phasen angeht. Das ist einfach richtig geil und völliger Wahnsinn, was Menschen so alles einfallen kann. Ja und ebenso wahnsinnig ist vermutlich auch der Schwierigkeitsgrad. Also Junge, Junge, Junge. Entspanntes Zocken ist definitiv anders. Aber so ein bisschen fordern darf so ein Spiel ja auch. Ich meine, bei Demon's Souls finden es ja auch alle geil. Was tatsächlich aber ein bisschen schade ist, ist, dass man bei der ganzen Hektik und der Anspannung, die auf dem Screen passiert, manchmal gar nicht so richtig die Möglichkeit hat, sich dieses wunderschöne Spiel auch tatsächlich mal im Detail anzugucken. Und wenn ihr jetzt Bock bekommen habt, im Sale gibt es zum Basis-Game auch noch den DLC The Delicious Last Cause dazu. In dem könnt ihr zu den Inkwell-Inseln aufbrechen und mit einer neuen Spielbahnfigur noch länger vor schöner Kulisse verzweifeln. Ist das nicht herrlich? Und genau das gleiche könnte man passenderweise eigentlich auch über Little Nightmares 2 sagen, wenn man ganz ehrlich ist. Wie schon im ersten Teil der Horror-Action-Adventure-Plattformer-Spezies seid ihr in dem Game als extrem kleines Kind in einer mysteriösen Welt bevölkert von grotesken Gestalten unterwegs. Das ist alles also ultraschaudarhaft. Ja und in dieser Welt springt, hangelt und klettert ihr jetzt von Plattform zu Plattform und versteckt euch oder flieht vor irgendwelchen absurden, gruseligen Bewohnern. Unterschied hier zum Vorgänger, diesmal seid ihr nicht völlig wehrlos. Hin und wieder dürft ihr euch tatsächlich auch mal mit Gewalt verteidigen. Aber die wohl wichtigste Neuerung ist, ihr schlüpft nicht mehr in die Rolle von Six im gelben Regenmantel, sondern in die von Mono, einem Jungen mit so einer unauffälligen Papiertüte auf dem Kopf. Allerdings unterstützt euch Six in vielen Abschnitten im Spiel. Manche Rätsel müssen nämlich zu zweit gelöst werden und manche Hindernisse können auch eben nur zu zweit überwunden werden. Six kann dabei zwar leider nur von einer KI gesteuert werden, trotzdem lockert die Zweisamkeit die doch recht bedrückende Atmosphäre so ein bisschen angenehm wenigstens auf. Ebenso als unterhaltsames Duo bekannt sind natürlich Ratchet & Clank, die Spielerei rund um dieses, naja, so Dingo-Fuchsmäßige Wesen. Hier Klugscheißer wissen, dass in der Lore übrigens ein Lombex, was auch immer das sein soll. Naja, und den smarten Roboter Clank ist seit PS2-Zeiten natürlich ein echter Playstation-Klassiker. Und womit? Ja, mit Recht. Bei den meisten Games aus der sehr umfangreichen Serie stimmt ja nämlich alles, was ein gelungenes Action-Adventure braucht. Das Ballern und Kämpfen macht Bock, gut, die Story ist jetzt immer noch nicht auf Johann-Wolfgang-Niveau, aber dennoch interessant genug, um am Ball zu bleiben und vor allem die Charaktere und ihr Humor sind wirklich allererste Sahne. Mit Rift Apart kam dann der erste Ableger für die PS5. Das Game hat ja gewissermaßen auch die Next-Gen so als erster großer Exklusiv-Titel irgendwie ein bisschen eingeläutet. Und als wir die Ratchet-Scheibe damals in die Playstation warfen, waren wir wirklich amtlich beeindruckt. Und das sah einfach nur geil aus. Und noch geiler war eigentlich, dass das Game abseits der Optik auch vom Gameplay her an alte Stärken anknüpfen konnte. Also ich würde sagen, lässiger kann man eine neue Ära kaum eröffnen. Nun, und zu guter Letzt haben wir auf unserer Planete-Rabatte-Exkursion noch ein wirklich sehr ungewöhnliches Geschöpf ausgegraben. Ihr steht auf Tony Hawk's Pro Skater, aber der Mit-50er ist euch einfach nicht John Wick genug. Ihr habt Bock auf Starlight Express, aber Bochum macht euch traurig? Ja, gut, das ist verständlich, aber dann ist Rollerdome vielleicht die Lösung für euch. In dem mehr als flotten Game seid ihr nämlich in einem intergalaktischen Rollschuh-Turnier unterwegs. Dabei geht es dann zwar nicht um fette Grinds, Flips oder Spins, aber beim Skaten müsst ihr dafür noch lässig aus der Hüfte mit einer Rollschuh geeigneten Bewaffnung auf ebenso bewaffnete Antagonisten ballern, die eure Skate-Praktiken aufs Schärfste verurteilen. In schöner Comic- bzw. Cell-Shading-Optik springt ihr über die Pipes und, ja, ballert halt, was das Zeug hält, ne? Die Moves, die ihr dabei mit Skates, Pistolen und Shotguns an den Tag legt, sehen so unfassbar cool aus, dass man das Game wirklich nicht mehr aus der Hand legen will. Und ne Story gibt's sogar auch. Der Megakonzern Matterhorn veranstaltet nämlich die tödlichen Gladiatorenkämpfe auf Rollschuhen zum Vergnügen der Obrigkeiten. Ja, gut, ist platt, aber wie und wann und warum eigentlich alles? Das wiederum wird im Spiel subtil nebenher erzählt. Und auf ne Art ist das irgendwie so fesselnd, dass wir fast von einem der Geheimtipps oder sogar vielleicht Highlights des gesamten Planeten der Rabatte-Sales sprechen wollen. Insgesamt bietet der Planeten der Rabatte also ne interessante Flora und Fauna und spannende Einheimische. Nur irgendwie auch recht düster alles, oder? Aber keine Bange, natürlich lassen sich hier auch flippigere, buntere und besser gelaunte Wesen antreffen. Zum Beispiel Captain Tsubasa Rise of New Champions, Farming Simulator oder sowas wie Curbis Base Program. Und liebe Insider, geht ihr auch auf Expedition? Und was sind denn eigentlich für euch so die spannendsten Games im Sale, die man da so finden kann? Haut uns das wie immer gerne in die Kommentare, dann noch Like und Abo dalassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Viel Spaß beim Zocken und lebt lang und in Frieden. Ciao!